rechtschritte einer ist nach oben hinter dem stein du guckst rechts da kommt noch einer er ist direkt hier hinter willkommen zu einer neuen folge wir sind zu dritt in sunhock mit synke und stefan hallo was geht ab was geht ab deutschland ne berlin einfach verkackt ich editiere das jetzt einfach so dass das richtig hinhauen hat also sag jetzt einfach noch mal das richtig was geht ab berlin witzig so war super der joke des jahrhunderts habt ihr es gemerkt das ding ist halt ich bin all die tier die halt gar nicht deswegen ist das halt so bleibt das genau so drin ja ich weiß das habe ich mir auch schon fast gedacht ja das ist eine qbz ich probiere die mal aus hat die zwei modi oder was ist das dauerfeuer einzuschuss ok gut hier ist eine qbz das ist eine zum dmr willst du die vielleicht haben ja ich habe richtig scheiß gut darum jetzt den money in magazin ich brauche wenigstens mal einen roten blut das wäre schon mal ganz geil zwei weste hier ist noch eine zwei weste falls jemand eine braucht und jetzt noch eine zwei weste sind wir sind fertig geblutet wo wollen wir jetzt nicht so richtung ich habe es vergessen warte mal wollen wir dahin die richtung sicher nicht hierhin ich habe doppelläufige schrotflinte und wie heißt die m16 habe ich m16 oh gott das war halt die einzige war für die ich halt gefunden das ist so echt scheiße tut mir leid für dich ich werde mich gerade auf den armen nehmen die ist scheiße das wollen wir damit sagen sind wir schon fertig geblutet die sind da die waren da gerade wahrscheinlich wo ich markiert habe die sind nach oben gelaufen also in richtung südwest ja wollen wir die in drive-by machen auf den mittleren des stands angehalten hinter dem nächsten wir sind dann den hinteren stein noch gerannt läuft weiter weg wir sind hinter dem ich gehe schritt für schritt hinterher ich darf dann kommen auch mit so wir können nicht zu weit rein du weißt nicht wo die anderen drei leute sind und nur die gegend sind gerade granate hinter uns gewesen ja so ist ja aber kein monster rum er war da als letztes ist zum oberen stein gegangen ich werde beschossen ist mein marker einfach weg ist weg wir sind überhaupt im hügel aber komischerweise könnt ihr dich sehen ich kann sie nämlich auch nicht sehen mein marker ist jetzt einfach weg kann sein dass er weiter abgehauen ist wir gehen ziehen uns zurück ja alle wir haben im auto keine ahnung ob der mates hat und wenn ja habt ihr uns schon im stellen das ist mir zu heikel ich habe dem schon ein bisschen durchgegeben mitgegeben also der war kurz vorm abnüffeln sollen wir da mit dem auto da hochfahren dann fährt erstmal noch zu dem Dorf und gucken dass du richtige Waffen kriegst also die doppelläufige ist okay ja aber das ist auch nur für einen speziellen Einsatzfall aber das ist auch mindestens eine mittlere oder langen Waffen sieht gut aus hier ja ist gut ne offen ja ok gehen wir hier hinten hin hm wir müssen noch halten nirgendwo wegen Muni ich habe sehr wenig von jetzt bin meine beiden ich auch ich muss nicht generell für die Udras ist auch eine QBU ja ja M4 habe ich hier für jemanden oh ja das wäre nice wenn ich die kriegen könnte oh Karabiner nehm ich auch dann gebe ich dir die gelbe Muni hier Zeddy kannst du die benutzen geht bei der Beryl dann nehme ich die QBU mit und dann brauche ich aber ein bisschen grüne Muni von dir bitte hier kannst du alles haben ich brauche jetzt halt gelbe ich habe nichts an gelbe ja ist bei der Beryl markiert ja toll ähm ja braucht jemand noch einen Rotpunkt äh ja 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 hier brauche ich jetzt erstmal nicht wenn jemand diesen ach ich weiß nicht wie das heißt diesen ähm Lauf für eine Schrotflinte findet diesen grauen Auf äh Choke genau könnt ihr mir geben jo ich habe Rauchgranate hier ist eine Drohne falls jemand möchte oh me gone 90 Muni Kompensator nee nehme ich nicht mit ja was für ein Kompensator MP äh für SR äh nee brauche ich nicht nein nein haben wir noch eine Dämpfer gefunden aber ich habe auch einen ich habe wahrscheinlich eine Dämpfer gefunden kann ich die ok seid ihr besser equipt ja na egal ich nehme das so mit wie ich es habe ich spiele alle mit der QBZ nee ich spiele mit M4 ja also die ein paar Gegner sind gerade gestorben und da hast du meinen Rotpunkt genommen ja ja gut hab ich ist dran zeddy was hast du für ein Visier auf der Karre Polo und dreifach ok aber auch dreifach ich nicht ich hab ihn auch einmal wo wir weiter rechts ein bisschen scout weil da könnte da hinten waren auch schüsse irgendwo von dort du hast nur medina hat mich instant gemacht also das würde ich gerne mal sehen wie er mich gesehen zwei vierfachs einfach dabei an dem fahr einfach geben dann nimmst du das vierfach ok punkt der herz so viel die clip alter was ist das wie so dort und von hinter uns ich bin fast tot jetzt jetzt oder nie aber ich würde das ist okay wir müssen ich sehe nichts ich sehe gar nichts hinter uns oben habe ihn hoch auf dem bürger der ist insel gewesen hier haben wir sicher ich habe nicht gesehen wo der von unten irgendwo geschossen hat nicht gesehen dazwischen da war er gerade er ist nach rechts gemove von da durch die rauch könnte er denken dass wir dahinter immer noch sind was hat der wie sie denn und schalli für ar brauchst du den ja wir gut wenn du den wir haben aber alle keine sniper das ist halt ein bisschen ärgerlich ja wir wollen sie das auch nicht aber ich sehe schritte der ist beim außenposten und rechts am baum ist einer einer ist oben am außenposten der andere hinter baum wir haben uns glaube ich nicht gesehen also rechts rechts rein ich gehe ein stück nach hinten hinterm stein ich glaube der rechts hat uns gesehen der rundet uns recht ja anate das sollte man heute runter problem kann halt kommt zu mir und dann geht weiter zum nächsten dann deck mich während ich auch mitkomme so haben wir zum wagen und weiter nächsten zum rechts hier da inneser w jose ich habe ihn entschattet bei der rechts rechts schritte einer ist nach oben hinter dem stein du guckst rechts links da kommt noch einer jo fuck er ist direkt hier hinter ist direkt dahinter hält gerade hielt 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 jawoll ja hab ihn sehr schön gut job gut dass ich eine shotgun habe jetzt brauche ich mir die alter müssen wir was dabei haben alter ja wohl jetzt an die tasche schön ja dann mach ich mir die hier sind so viele tote brauchst mir nichts geben ich loot lieber ich hier oh man das hört einfach nicht auf das ist halt wirklich so ich will halt einfach mal nur hohe looten und mal vernünftige waffen haben sanitätertasche das der hier hat auch noch richtig mann scheiß fliege ey wirklich so eine drecksfliege die hier rumschaut ja hab ich auch gerade oh man ey fisch dich die nächsten paar tage in deinem leben wangpolster der der unten geschossen hat den hab ich bis jetzt immer noch nicht ausmachen können nein wo der ist ich hab es noch ein schalldämpfer SR bei dem typen jetzt hab ich das gefühl dass mich überall alles juckt ne ich hasse jetzt so ein paar larven auf dich ja die hat mich direkt hier besamt alter so jetzt hab ich jetzt hab ich okay waffen okay das ist nicht die geilsten aber SKS und M4 ja es geht schüsse von unten wieder ich brauche ich brauche Moni hier so zack zack der hat ein Kompi SR ansonsten nichts großes der hat noch ganz viel gelbe SR oh nice oh warte der hat noch zweier Helm noch schön wenn man mal einmal jemanden nicht herjottet ne dann kannst du schon Helme mal mit von dir nehmen also ich brauche äh Rüstung ja guck dich mal hier durch hier sind auch noch ein paar Leichen guck mal nach unten aber nicht also hier da sind welche das sind zwei Stück ich sehe unten noch niemanden die haben halt alle so heftigen Blut ne das ist unverstehend das ist unfassbar also ich hab jetzt du hast den anderen Schalldämpfer SR auch genommen ne ja hab ich also ich hab ja Schalldämpfer und auf meiner M4 einen Kondensator weil wenn wir dementsprechend nah sind dann ja schöner ja ja ich hab ja jetzt noch ein Kompi äh einen Schalli drauf auf der M4 oder auf der Ace bessere ich hab hier auch noch einen ja äh ich such immer noch eine bessere SR also ich hab jetzt ne SKS ist ok oh shit hinter den Stein links neben dem Auto müsste es irgendwo sein wir müssen langsam zur Zone ne die Zone kommt jetzt ja ja ab nach hinten zurück 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 bewegt sich die tut weh wir sind aber noch nah dran der Typ muss auch hinter uns kommen und der hat jetzt recht den Hügelvorteil ja ähm deswegen schön rechts halten weil da haben wir die Büsche rechts ist aber noch einer von unten gewesen ich weiß nicht ob der schon längst losgegangen ist da könnte auch noch einer sein also careful dann äh nehme ich meine M4 auch immer mal nach rechts gucken oder überschwimmen oder über die Brücke über die Brücke ist klar leider keine Zeit macht mir nicht so viel Spaß muss ich sagen über die Brücke zu gehen aber ist ok Tür rechts auch lass da mal direkt rein links oder rechts überall auf nach hinten gucken und nach hinten snipern einer der eine muss auf jeden Fall kommen wieder noch kein auch nicht schön auch am Ufer gucken die Zone geht ja langsam ne so easy weggerannt ey der muss doch jetzt langsam da sein ja vielleicht läuft er auch gerade noch innerhalb der Zone also außerhalb die Map zirka ok ich guck der guck du weiter darüber ich guck mir sie in die andere Umgebung an also ich guck jetzt die ganze Zeit auf die Brücke ja komm jetzt lieber mit ah scheiße wir müssen eh wir müssen eigentlich nach links ok wir müssen weiter ja hat so eine Kreuzung ey ja aber wo ist der brauchst du noch ein Medi ne bin eigentlich gut ausgerüstet also fürs Endgame jetzt weil wir müssen eine volle Zweierweste wäre noch gut für mich bei mir auch ok nochmal hier ne ich hab eine 50er Zweierweste leider nur 20% jetzt muss man Zone hier bin ich mir immer da oben ist einer steht auf uns oh ja hab ich gesehen weiter links auch an dem Stein ok oh am Baum die tute richtig oh als ob ey als ob in mir ja was soll ich jetzt machen ja du bist also da kannst du nichts mehr tun ich glaube ich jetzt einfach ne du kommst nicht weg du kannst nur versuchen die zu töten die Zone allein die Zone das war's das war's die Zone war tatsächlich noch nicht so stark hätte ich noch heilen können das hab ich falsch eingeschätzt oh ja ist ja gut alter es ist aber was machen die mit den Granaten es ist so unfassbar einfach crazy ne ey ich bin genockt gewesen Millisekunde danach boom Granate direkt neben mir liegend vorbereitet vorgekocht für dich ja und perfekt hingelegt auf dem Abhang auch noch ne es ging auch zack 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 dicker ja das war jetzt ein bisschen bisschen blöde wir hätten echt länger überleben können ich hab die Zone viel härter eingeschätzt du hättest locker noch heilen können mit Medi und danach weiter rennen können easy ich hätt das auch eigentlich tun können anstatt da jetzt voll rein zu gehen und vor der Zone so Angst zu haben ach Mensch naja so ist das manchmal aber trotzdem spannend vielen Dank für's Zuschauen bis zum nächsten Mal tschüss